Darf man als Trauzeuge bei einer kirchlichen Hochzeit dabei sein? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Möge Allah uns bewahren. Liebe Geschwister, wir sind Muslime. Wir respektieren andere Leute, aber es gibt Grenzen. Diese Grenzen sind, wenn es Rituale gibt, die gegen unsere Religion sind. Und das, was in der Kirche gemacht wird, die Rituale, sind sie nach dem Tauhid, nach der Einzigartigkeit Allahs? Auf keinen Fall. Und deswegen ist es verboten, an solchen Sitzungen teilzunehmen. Was das Beglückwünschen des Brautpaares anbelangt, jetzt zum Beispiel, sind das nicht Muslime, kann man ihn gratulieren? Man kann ihn gratulieren, das ist überhaupt kein Problem. Das Gratulieren selber ist ein ganz anderer Akt. Aber man darf nicht beisitzen bei so einer Sitzung.